eigentlich brauche ich gerade nicht. ich behalte es trotzdem. so. ich schmeiße meine kiste und dann ist gut. habe ich noch irgendwas gerade über, dass ich hier mal reinschmeißen kann? nee nicht wirklich. vielleicht kann ich meine tasche mal wieder leer machen sehe ich gerade. die ganzen biomaterialien die ich hier habe. erst mal kann das hier wieder rein, dann kann die Blüten definitiv nicht. Pfeilerüberreste können hier rein. Cerium darf hier sehr gerne rein. wo die platine? ja. borne behalte ich natürlich. ohne bald zur sicherheit, falls ich mal wieder mit dem truck unterwegs bin. du willst noch so viel laufen? ja schon klar, aber deswegen geht es bei mir halt ein bisschen langsamer. es ist glaube ich nicht die problematik, dass ich nicht groß genug denke. es ist die problematik, dass ich sage so groß wie nötig aber so klein wie möglich. und das zu planen ist dann natürlich ein bisschen aufwändiger oder dann eben den nächsten schritt zu machen und zu sagen okay ah fuck ich brauche wieder. ja und dann den nächsten sack aufzumachen. dauert dann halt ein bisschen, aber ich spiele das spiel jetzt zum ersten mal und ich lasse mir jetzt auch zeit einfach das alles ein bisschen kennenzulernen, mich da rein zu fuchsen. das ist ja alles so ein bisschen eilt ja nicht. i mean. ich sag ja, ich habe folgen auf youtube bis zum ersten dezember. hallo youtube und ich habe noch zwei streams plus diesen hier zu schneiden. der jetpack ist jetzt langsam bei mir in der tierstufe aber muss ich halt erst noch erforschen. dauert leider noch einen kleinen moment. ganz kurz was gucken. ganz kurz was gucken. und ja das ist jetzt zu klein hier eigentlich weil ich halt nur zwei sachen herstelle beziehungsweise dann drei. am ende. das ist schon fast so hoch wie mein wie mein aussichtsturm. alter ich einfach zweimal hochgehen kann ist das geil. das ist schon ein bisschen cool jetzt hier. ich will da auch hoch. okay. ist schon geil. geht was? nö. doch. stahlrohre. na toll. äh jetpack. weiß gar nicht ob das so schnell ist. weiß gar nicht. ich stelle mir ein jetpack immer sehr langsam vor. ich bin weg. so. ist voll schade dass das hier nicht ran bringt. nicht direkt ran bauen kann. äh. äh was machst du da? äh 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 äh. äh äh äh. äh äh. Das war's. Das war's. Genau, das kommt dann hart raus. Würde dann in Kisten bzw. abtransportiert werden. Und der ganze Stüssel kommt dann in ein weiteres Auffangding. Beziehungsweise eine weitere Raffinerie, wo das verarbeitet werden kann. Ich weiß bloß nicht, warte mal, wie viel? 10 pro Minute. Und wenn ich jetzt hier... 60 pro Minute. Okay. Gar kein Problem. Kann das weglutschen. Dann muss ich keinen Zwischenspeicher bauen. Also ich könnte 6 von denen bauen. Da unten wären 6 von denen geil, ne? Hier so die 6 Raffinerien nebeneinander wäre eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Jetzt brauche ich das zum Beispiel so. Da brauche ich mir hier so einen... ...Weltraumlift mit besseren Überblick habe. War das nicht hier? Was ist denn die Leiter? Da. Schwupp. So. Produktion. Ja, aber 6 Stück kriege ich ja gar nicht versorgt. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Dumm. Ja, ich baue ja hinten alles auf Fundamenten. Hier jetzt bloß gerade nicht. Aber ja, das macht die Tiefer das Einfache. Das stimmt schon. Na, also da hinten ist ja alles fundamental. Apropos, habe ich nicht noch irgendwo hier... ... ... ... ... ... so und hier ist ihre familienhersteller aber nicht noch einmal auf das ist jetzt nicht die dritte entstehen kann der vor wieder stahlrohr muss man ganz kurz gucken wie viel rohöl die brauchen ich glaube 30 oder so ich komme krieg halt nur verzeihung verzeihung ich würde gerne hier runter das tat sehr weh wie viel rohöl kriege ich hier rein pro minute sehe ich das hier noch gleich in meinem röhr in meinem röhr ich gefördert sonne allerdings eine pumpe ich habe zwei pumpen sollte eigentlich genug rohöl sein ich glaube 120 netz man hat 40 müsste ich jetzt bekommen das müsste ja erst mal ausreichen ich hole mal eben noch gucken wir uns kurz was die forschung für das jetpack kostet ich stelle ja so oder so stelle ich ja treibstoff her ich hätte das jetpack eigentlich auch mit kohle betreiben ich finde das so cool ich hätte so gerne ein satisfactory in einer ich sage es immer wieder in steampunk setting wo alles so wo man hier an der seite irgendwie zahnräder laufen sieht alles wird irgendwie mit dampf betrieben und so es wäre so geil irgendwelche tesla spulen ich würde es feiern ich liebe steampunk leider gibt es wenig spiele mit steampunk also jetpack bräuchte ich 50 motoren das wäre ja kein problem plastik stellen wir gleich her gummi stellen wir gleich her verpackter treibstoff wo wird ein verpackter treibstoff hergestellt habe ich noch nicht mal erforscht schade dann ist das schon mal raus wahrscheinlich dann irgendwo hier erweiterte energie hier vor habe ich richtig angst hier alternative flüssigkeits transport es ist so geil dass ich das dann einfach hier einfach ich hätte dann gerne einfach noch gerne also das wird dann ja quasi fest dass ich das nicht in flüssigkeitsstange sondern in dings ich hätte dann gerne einfach noch ein lager wo ich wo ich die tonnen sehe ne exoskelet habe ich leider noch nicht irgendwas fehlte mir da quarts quarts habe ich mir fehlt quarts verletzt auf quarts suche bestimmt anderthalb stunden rumgelaufen oder so und irgendwo ist das in der höhle die das quarts vorkommen und habe deswegen das nicht gefunden ich habe die höhle öffentlich von den eingang nicht ja aber das ist hier das nächste also gummi kabel ist kein problem ja das ist ja es ist abschreckend manchmal so was brauchte ich dann kann ich auch gleich die nächsten oh gott ich hab's gewusst dass ich nicht draufkomme die nächsten motoren mitnehmen hier aber gut schön naja it lübt it lübt aber lübt langsam so habe ich ein stahllager ach ne das waren die stahlbarren äh ne stahlträger hier genau dann wollte ich nochmal gucken hier kurz rein maximale transportrate ist voll 1200 also ich kriege hier genug kohle rein mit nur einem das sollte offensichtlich reichen ich lasse ihn hier jetzt schon mal fünf minuten warten und es wird dann wenn ich genug abtransportiert also ich glaube da unten noch ein weiteres kohlekraftwerk anzustellen dürfte nicht so das problem werden kohle ist jetzt erstmal kein so ein größeres problem mk2 meiner sei dank mk2 meiner sei dank ne guck mich mal an ne guck mich mal an ja ich will jetzt hoch ähm die rotoren sind so aufwendig das herzustellen also ich hab das hier wenn ich mich irre ja drüben ist es erst mal hier sind die rotoren obwohl es geht eigentlich ja die schrauben waren das problem bei den rotoren müsste es alles übertakten weil es gibt ja keinen besseren schmelzofen leider ich hätte gerne noch ich müsste eigentlich mehr hdd's finden um vielleicht eine alternative rotoren sache zu machen obwohl ich auch mittlerweile eine alternative schraubenproduktion habe da könnte man auch mal gucken wann die vielleicht zusammenstellt der hier einfach lang tangelt aber wenn ich das richtig sehe brauche ich zwei schmelzen ne hier drüben sind es drei schmelzen oder? ob die schrauben kommen von da drüben müsste ich nochmal gucken also ich müsste halt ich glaube das größte problem für motorenautomatisierung sind gerade die rotoren die startoren davon stelle ich genug her weil ich die rotoren ja auch hier hinten für also steht jetzt gerade still aber für den anderen stuff brauche was denn noch ich glaube die intelligente verkabelung oder sowas war es das heißt ich müsste eine neue rotorenproduktion anfangen nochmal extra quasi ja ist auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall machen also das nächste okay das nächste große Ding ist nochmal rotoren und dann motoren automatisieren aktuell geht es noch so mit manuell schnell reinschmeißen da irgendwie weißt du wie du dir rankommst ja wussten viele meiner Zuschauer ich weiß nur nicht ob ich das wissen möchte also ob ich das jetzt schon wissen möchte oder ob ich lieber dasselbe rausfinden mag ja Quarz ist halt nur einfach sehr weit weg also da müsste ich entweder ich baue auch einen LKW der das für mich wieder abtransportiert und herholt könnt ihr hinten natürlich auch Produktion bauen aber ich will das ja bei mir haben weil ich baue ja was aus dem Quarz also meistens handcraft ich ja was so 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 das Schöne an Satisfactory ist natürlich beim Stream dass man nebenbei noch quatschen kann ne das ist schon schon viel wert noch eine bauen baue ich noch eine muss ja noch nichts anschließen aber dann hab ich sie schon mal ich kann sogar noch ne fünfte bauen schöne an Satisfactory ist natürlich beim Stream so 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 ja also ein bisschen in Ordnung muss sein ja ganz gleich ausgerichtet okay okay so mit S und U haben wir das schon mal also wir wollen mal ein Kunststoff und wir wollen ihr könnt ja eigentlich zweimal Kunststoff machen glaube ich ne warte mal wie viel brauchst du da ah locker machen wir zweimal Kunststoff zweimal Gummi ist immer noch nicht genug ich weiß aber es ist auf jeden Fall mehr als das hier und eigentlich müsste ich das genau umdrehen oder ich müsste die hier umdrehen weiter man hat müsste eigentlich genau umgedreht werden weil die kriegt ja die Endprodukte also wer ist hier eigentlich am klügsten so zu machen und du stellst Treibstoff her genau ja wir sollten direkt hier abzupacken können das Rohöl ist schon so doof jetzt direkt hier runter holen können ich könnte das dann hier noch erweitern das ist auch sexy hier den ja was was ist denn Nudel ok ok sexy mag das oh dein Ernst komm schon ja ok nee das ist kacke kacke ist das scheiße ach man scheiße ich muss es so dann hätte ich gerne was ist das das passt so hier naja keine blaue Linie wieder das ist ein bisschen anstrengend das müsste passen ja aber warum wie jetzt so ach du stehst höher ok wie jetzt so ever Ruhe. Ruhe. Ich hasse Ruhe. 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 Es ist doch gar nicht richtig. Ruhe. Mom. Ich werd gemobbt. Warte mal. Ich hab hier... Muss ich mal ganz kurz... ...nochmal was anders machen... Ne, nicht HyperTube. Logistik war es dann. Äh... ...die hätte ich gern auf der... ...4... ...die 4 da... ...den hätte ich gern auf der 5. So. Jetzt... ...jetzt... ...so... ...möchte ich das gern. ...mö... 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 ...ja... ...ok... ...äh... ...horizontal hab ich noch. Boah ich liebe die horizontale Bauweise. Die ist super bei den Rohren. So, Eingänge brauchst du hier gar nicht. Ich bin so doof. Hätte gar keine Eingänge hier gebraucht. Na, okay. Den Abstand hätte ich gar nicht gebraucht. Wer ist möglich, ist nicht einfach in die Fallschule mit? Die hintere? Nö. Die da ist genau richtig. Die steht andersrum als die anderen beiden, weil die die Endprodukte kriegt. Die kriegt Warte. Warte, warte, warte. Was ist hier das? Hä? Aber habe ich die nicht? Wait a minute. Habe ich das nicht? Oh, das ist ärgerlich. Ja, okay. Es ist möglich. Aber ich habe doch die andere extra falsch rum gebaut. Ah, Schande. Warte. Warte, warte, warte. Hä? Ja, das ist, äh, ein bisschen... Hallo, ich würde es gerne abbauen. Danke. Ah. Wird so einfach sein können. Schiete. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Ach, das ist, glaube ich, weil ich den da ansnappen wollte irgendwie. Ach, das ist... Ja, okay. Also der Hintergrund, warum ich es so kröbelig gebaut habe, ist, weil ich durch meine Vergrößerung... Ich stelle jetzt mal, glaube ich, das... Mittlerweile kenne ich das Overlay. Ich kann es jetzt wieder ein bisschen kleiner stellen. Ich stelle das Overlay immer per se ein bisschen größer. Ähm, weil... Wenn ich Overlays noch nicht kenne, weil ich ja so miese Augen habe. Aber jetzt hätte ich das Overlay mittlerweile. Ist trotzdem drüber. Guck, ich sehe die Ausgänge nicht. Äh. Ist das richtig? Braunstein muss bei mir sein. Ja, okay. Ist doch viel zu weit weg da. Warum ist denn das so komisch? Mal auf damit. Machen wir nicht, bitte. So, das ist richtig. So, dann kommst du jetzt auch weg. Weil ich die erste falsch gesetzt habe, habe ich die anderen natürlich auch falsch platziert. So, und dann musst du jetzt einmal umgedreht werden. Fantastisch. Warum schon habt dich nicht so? Du willst das doch auch okay. Ich muss... Oh Gott, das war ganz dumm. Hm. Einfach mit... Einfach im Tunnel war. Und einfach gesagt, ich springe jetzt runter. Ist mir egal, was alle anderen sagen. Oh, ich möchte weinen. Aha, Mensch. Okay, okay, okay. Ich kann das. Chris, du kannst das. Eigentlich muss ich mir selber Mut machen. Ähm, ja, nee, doch. Genauso wollte ich es haben. Es war alles Absicht. Äh... Lass mich rein. Lass mich hoch. Bäh. Nee? Ja. Was ist denn hier passiert? The fuck? Wait. Das kann ich nicht hier auf mir sitzen lassen. Jetzt aber. Okay. So, das haben wir. Das haben wir. Strom ist noch nicht angeschlossen. Ich weiß. So, dann kommen hier... Äh... Warte. Hier machen wir Plastik. Hier machen wir Gummi. Gummi. So. So. Dann machen wir hier dann am Ende Treibstoff. Das ist flüssig, ne? Genau. Dann haben wir hier jetzt das Problem quasi. Also Problem in Anführungsstrichen. Dass ich die Abstände machen muss. Ja. Hier kriege ich ja was raus. So. So. Hier fängt es nämlich an, hässlich zu werden. Huch. Koppla. Hallo, hallo. Vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, ja, ihr Lieben. 20 Zuschauer. Hallo, hallo. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Wahrscheinlich haben die Hälfte von euch jetzt wieder Werbung. Ich warte einfach mal, bis jemand was schreibt. Hallo. Vielen lieben Dank für den Raid. Ja, moin. Ja, moin. Äh. Danke, danke. Äh. Herzlich willkommen. Ich bin Chris. Ich spiele Satisfactory. Zum ersten Mal ernsthaft. Ernsthaft? Und, ähm, ja. Ihr dürft dabei sein, wie ich mit Rohren verzweifle. Ich spiele mit meinem Rohr. Ähm. Ja. So viel dazu. Also. Ah. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So ist erstmal richtig. Per se ist so richtig. Das muss ich gleich wieder abreißen. Ich weiß, ich brauche das bloß als Hilfe. Äh. Wenn ich meine ZuschauerInnen nicht hätte. Dann würde ich sowas von verzweifeln. Ja. So, danke. Weil die nämlich Fehler mitbekommen, die, äh, nicht auffallen. Ja. Ja. Ja.